Ein Rollerfahrer stürzte am Mittwochabend auf der Hafenstraße in Kreuzlingen und verletzte sich schwer. Die Kantonspolizei Turgau-Suchzeugen Der 49-jährige Rollerfahrer war gegen 21.45 Uhr auf der Hafenstraße in Richtung Bottichoffen unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen stürzte er, schlitterte auf die Gegenfahrbahn und prallte dort in einen entgegenkommenden Auto. Der Rollerfahrer wurde schwer verletzt, wie die Kantonspolizei Turgau schildert. Nach der Erstbetreuung durch den Rettungsdienst vor Ort musste er durch die Rega ins Spital geflogen werden. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Zur Spurensicherung und Abklärung des Unfallherganges war der kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Turgau vor Ort. Der Straßenabschnitt an der Hafenstraße wurde während rund vier Stunden gesperrt. Die Kantonspolizei Turgau erstellte eine Umleitung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017